Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Hi Mike! Hallöchen! Hi Luke! Moin! So, in der letzten Folge haben wir ja wieder oben so ein bisschen manuell rumgeklöppelt, sozusagen manuell, also halbautomatisch, damit wir halt die Materialien bekommen, um den Lift freizuschalten, also die nächste Stufen freizuschalten von den Meilensteinen, dritte und vierte ist es, glaube ich. Und haben wir jetzt aber gerade off-screen festgestellt, dass unser Stromverbrauch ziemlich in die Höhe geschossen ist. Wir sind jetzt momentan nur bei 500 von... Moment, 1400? Easy. Luke, was hast du gemacht, während ich nicht da war? Nix, wir hatten knapp 1,5 schon die ganze Zeit. Jo. Es waren gerade eben noch 1,2. Wahrscheinlich waren da noch nicht alle wieder angelaufen, oder? Eigentlich waren die. Okay, wir gucken uns das auf jeden Fall gleich sowieso an. Der Luke und ich werden nämlich jetzt gleich mal, während da oben auf dem Gebäude die Produktion halbautomatisch läuft, werden wir uns mal die Kohlekraftwerke nochmal genauer angucken und da mal ein bisschen was nachrüsten, sozusagen. Und ich hole jetzt erstmal schon mal Baumaterial für insgesamt sechs Kohlegeneratoren. Wenn wir nicht so viele hinbekommen sollten, dann ist es so. Und was mir auch noch eingefallen war, Robin, in unserem Lagerhaus, da können wir das doch genauso machen, nur dann halt ein bisschen ordentlich hingestellt, dass wir vor die Container zum Beispiel so eine kleine rote Kiste machen. und auf die rote Kiste, dass die dann wie so ein kleines Podest fungiert, eins von den Materialien legen, was in den Kisten ist, dann brauchen wir keine Schilder, sondern sehen immer, was wo drin ist. Das ist eine gute Idee, finde ich. Also ich meine, die werden in Sicherheit irgendwann Schilder nachproduzieren. Da kann ich, ich kann da nicht, kann mir nicht vorstellen, dass das nichts wird bei denen da. Das wäre zumindest wünschenswert, sagen wir es mal so. Na ja, auf jeden Fall. Ich merke jetzt doch langsam, dass das mittlere Gebäude vielleicht doch mal irgendwie ein bisschen Rohrpost benötigen könnte. Auf der anderen Seite, wenn wir dann bald die Sprungstelzen haben, dann geht das schon mal deutlich leichter von der Hand. Auf jeden Fall, ja. Also wie du gerade mitbekommen hast, ich sammle jetzt gerade schon die Baumarts zusammen für Fundamenterweiterung und für weitere Kohlegeneratoren. Und das wäre vielleicht eine bessere Aufgabenteilung, wenn du schon mal für eine weitere Wasserpumpe das anholst. Kriegen wir hin? Ja, und die Pipes und so, ne? Gib mir eine Sekunde, ich muss noch ein Kabel nachladen. Wir haben nicht, also wir haben nicht darauf geachtet, dass, dass dieses Zeug frisst. 125 Kabel die Minute. Oha! Das ist natürlich richtig ratzfatz aufgebraucht. Ich schätze nicht wenig, ne? Ja, habe ich auch nicht gesehen, aber ich habe das Förderband mal auf Mark II geupgradet, weil 60 Kabel pro Minute reinführen ist ein bisschen lahm. Ja. 120 reicht, dann ist es halt nicht komplett auf 100% Effektivität. Okay. Aber ich lege da jetzt nochmal irgendwie 1000 Kabel nach. Klar, eine so, äh, stelle Kabelproduktion haben wir ja dann gar nicht. Ja, ja, jetzt Gott sei Dank ist die Kabel-Storage voll. Nur, äh, wir hatten, ich hatte jetzt alle Container mit, äh, Mark I Förderband angeschlossen, weil ich dachte, das reicht. Reicht ja auch bei allen außer halt bei den Kabeln, ne? Weil, 125, ja, und das Mark I schafft ja nur 60. Ja, ja, klar. Und ich wunderte mich gerade, hä, warum werden denn diese automatischen Lockenwickler nicht mehr? Wer ist immer noch bei 48 stand? Du, Luke? Ja? Ich bin gerade schon bei den Kohlekraftwerken. Ja? Wir hatten ja vorsichtshalber ein bisschen großzügig Abstände gelassen. Ja? Theoretisch passt zwischen zwei Kohlekraftwerke noch ein weiteres rein. Jeweils. Das wäre doch eine coole Sache. Aber ist die Frage, ob was er mit den Anschlüssen, die er mit den Spittern und so vernünftig hinbekommen, ne? Weil das ist ja diese enge Geschichte immer gewesen. Die Röhre, also die Rohre, die haben keine Probleme eigentlich. Die kannst du überall wieder aufteilen. Aber die Förderbänder, die könnten problematisch werden, ne? Ja. Also wir dürfen die auf jeden Fall nicht näher aneinander stellen. Weil dann reicht die Kurve nicht mehr. Dann nölt das Fördermann die ganze Zeit rum, dass es keinen Freiraum mehr hat. Hm. Also sagen wir es so, stellenweise würde es doch noch gut funktionieren. Und auf einer anderen Stelle könnte man den einen Splitter an der anderen Stelle packen. Und dann würde das wieder gehen, möchte ich behaupten. Ja. Aber ich denke mal, wir werden jetzt sowieso, weil wir jetzt pro Linie die doppelte Menge an Kohle befördern, werden wir die Förderbänder nochmal neu legen können. Oh, das klingt gut. Von der Aufteilung her. Weil dann haue ich jetzt schon mal die Kohlegeneratoren rein. Dann kann ich dir gleich bei der Wassergeschichte helfen. Die ist nämlich ein bisschen tricky, wie du vielleicht noch weißt. Ja, das stimmt, ja. Oh, das klingt gut. Finde ich schön. Ich helfe dir sofort. Ich bereite hier nochmal alles vor, dass die Produktion hier komplett alleine weiterlaufen kann. Also du hilfst mir dabei, dass ich dir helfe? Oder wie soll ich das verstehen? Nee, äh, ich... Ja. Genau. Äh, äh... Oh, äh, jetzt war mein Gehirn gerade richtig gone. So. Jetzt sieht das wieder los hier. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich hier wo setze, ey. Produziert der Mist weiter. Oh, Stangen sind schon wieder fast leer gelaufen. Oh, ich kann sie hier haben wir auch ein bisschen Mist gebaut bei der ersten Reihe, die wir ersetzt haben. Auch nicht so schön akkurat geworden. Aha. Habe ich... Mich auch ein bisschen vertan. Aber egal, wir kriegen ja schon irgendwie hin, ja. Wir verdoppeln heute hoffentlich noch in einer Folge, also jetzt in der jetzigen Folge, unsere Kohle... ...Energie. Jo, das wäre nice. Und ich lasse sogar noch ein bisschen Platz, dass man zwischendurch laufen kann. Und das werden wir bestimmt wieder brauchen. Ich muss aber nochmal eben, bevor wir richtig loslegen können, Stahlrohr und Eisenrohrstangen nachholen. Ja. Wir werden jetzt sowieso immer wieder mal da hoch ruschen müssen, dass mal einer hoch ruscht und die Sachen holt, oder wir ruschen zusammen los. Nein, holt dies, der andere holt das. Ja, ich denke, also das, was wir brauchen, um den Lift hochzuschicken, wenn ich das jetzt noch einmal nachgefüllt habe, dann sollte das auf jeden Fall reichen von der Produktionsmenge her. Okay. Aber wir können das ja erstmal so stehen lassen, bis wir da überhaupt weiter dran gehen. Denn ich habe vor, sobald wir mit den Kraftwerken fertig sind, dass ich die halbautomatische Produktion da oben abreiße und die Etage nutze, um modulare Rahmen und sowas selber zu bauen. Mhm. Also auch als komplett vollautomatisieren. Ja. Wir haben Stromausfall. Was, warum? Weiß ich nicht. Ich habe nichts weiter angeschlossen. Ähm. Guck mal in so einen Mast und guck dir die Kapazität an. Hoch und hoch und hoch und hoch und hoch. Das ist ja, was ich meinte. Also irgendwas ist da ganz komisch gerade. Habt ihr euch mal die Wasserzufuhr angesehen, weil an der Kohle kann es eigentlich nicht liegen, außer es ist irgendwo ein Förderband zwischen, was zu langsam läuft. Äh, ich sehe gerade, dass es liegt wirklich am Wasser komischerweise, obwohl das vorher gepasst hatte mit dem Wasser. Übrigens, wenn der Strom ausfällt und man in der Röhre ist, fährt man einfach weiter. Okay. Das ist gut zu wissen. Ja. Ja, also es liegt wirklich am Wasser. Also ich fülle eben nach. Ich bin jetzt wieder angekommen und dann kümmern wir uns um Wasser. Ja, gut. Ähm. Ja, aber was ich dir gerade sagen wollte, Luke. Ja. Diese stapelbaren, äh, Pipeline-Moppets. Jo. Passen auf die stapelbaren Förderbänder-Moppets obendrauf. Das heißt, wir können unser System hier einfach weiterführen. Ach, geil. Das ist ja Hammer. Ja. Bedeutet zwar, dass wir wahrscheinlich die... Oh je. Ich glaube, wir müssen die ganze... die ganze Geschichte hier ein bisschen breiter bauen, damit wir in der Mitte höher bauen können bei den Zufuhrern. Ah, damit wir steiler runterkommen, meinst du? Genau, also damit wir nicht zu steil runterkommen. Ja. Oder? Oder... Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich bezweifle das schon fast. Wenn wir jetzt hier stapelbare Pipelines machen, dass wir dann einfach mal an den Stellen, wo wir nach unten gehen wollen, die Pipes miteinander verbinden und so. Aber ich glaube, das wird too much. Das geht, glaube ich, nicht so gut, wie ich mir das gerade vorstelle. Äh, ja. Äh, nee, komm, nee, nee, lass mal mal hier machen, hier, nee, nee. Dann fange ich mal an, wenn jetzt sowieso der Strom aus ist, mal die eine Reihe komplett abzuholzen. Und weiter nach hinten auszulagern. Dazu müsste ich jetzt aber hier das Fundament noch ein bisschen erweitern. Und dann müssten wir danach die Kabelage eventuell nochmal neu bauen. Mal gucken, ob das... Ich glaube, das Problem kriegen wir. Ich sammle mir gerade so die nützlichen Ressourcen, die man so braucht für alles. Kommen dann sofort zu dir. Stangen. Strom ist wieder aus? Äh, schon die ganze Zeit. Achso. Das war zwischendurch an. Ja, ich hab auch mal probiert, aber es ist halt wieder ausgegangen, weil zu wenig Wasser da war. So, dann noch am besten... Ich laufe dann gleich nochmal die Pipe ab, weil eigentlich, wir hatten das stundenlang, ging das mit dem Wasser gut. Ich habe die Befürchtung, dass irgendwo was abgerissen wurde versehentlich. Und ein Strom zuvor oder was auch immer. Weil am Wasser haben wir nicht rumgewerkelt. Das ist richtig. Vor allem, das reichte jetzt die ganze Zeit, auch wo er offscreen weiter produziert hatte. Genau, die ganze Nacht über hatte ich einfach mal laufen lassen und da hat es ja auch gereicht. Aber auch kein Stromausfall. So, ich hab das ganze gedöhnt, jetzt mal um eine Reihe erweitert hier. Habe ich die Mats für so eine Masten? Kann einer von euch mal in den Strom wieder einschalten? Wieso? Ja, auch wenn es nicht lang hält, einfach nur einschalten. Warte. Ach, das kann ich ja jetzt hier vom Mast aus sogar. Ach, man, blöde Schwein, du! Danke dir. Was denn? Ich wollte nur in die Röhre rein. Nee, hier war ein Schwein, was mich gerade angegriffen hat, während ich den Strom angeschalten habe. Auf der Plattform wurde bemerkt. Okay. Ja, wir brauchen noch so Selbstschussanlagen. Oh ja. Was? Mach nichts. So, der ist angeschlossen. Ich laufe mal die Pipeline ab, ne? Jo. Wenn du schon mal da bist, dann kannst du ruhig die nächste Pumpe da setzen, weil du gerade die Mats der Först. Ich dachte, wir holen uns, wollen wir die da setzen oder von hinten? Ja, solange wir da noch Bauplatz haben, würde ich sagen, machen wir es da erst mal, weil das näher dran ist, ne? Ja, okay. Okay. Ansonsten müssen wir wieder den Höhenunterschied berechnen, hast du nicht gesehen, das ist dann wieder alles so ein bisschen, das ist nicht so einfach, wie man sich das denkt. Mit Pipeline übereinander stacken oder sollen wir die mit dran führen und gucken, ob es geht? Ich würde es dann wieder gleich übereinander packen, bevor wir wieder irgendwelche Probleme da bekommen. Also, es sind alle Pumpen noch angeschlossen und alle zwischen Ding-Dingsis. Okay, dann verstehe ich echt nicht, warum er da Wasser verloren hat. Ding. Ach, ich kann es mir vorstellen. Warum? Weil wir jetzt einen höheren Stromverbrauch haben, frisst der auch mehr Wasser. Ja, du meinst, dass die Angabe in den Kraftwerken nur die Maximalanzahl ist? Das denke ich mal. Und je höher unser Verbrauch steigt, desto mehr Wasser sich das Kraftwerk dann zieht. Ja, komischerweise, bei den übertakteten hatten wir ja vorher 91 Kubikmeter Wasser. Jetzt steht da wieder... Ach nee, Verbrauch steht auch noch mal 91, stimmt. Ich muss nur noch mal eben Alufolie holen. Das hätte ich jetzt vergessen an Rohstoffen. Die hatten wir doch auch in Automatisierung, oder? Ja, ja, in den mittleren Gebäuden. Das, was nicht mit den Dingensen angeschlossen ist. Ah ja, da. Hier kommt irgendwie kein Wasser mehr an. Warum? Der gelbe Ding da. War die Pumpe da ausschüßt, oder warum? Hier ist Wasser drin, aber es wird nicht transportiert, das Wasser. Na klar, weil wir keinen Strom haben. Dafür habe ich auch alles. Sehr schön. Dann liegt da der Fehler, dann ist der Zwischenspeicher leer gelaufen, wa? Der zum Puff an war kein Strom da, wo wir den Stromausfall hatten, weil wir zu wenig Kohle hatten. Äh, nee, das dürfte nicht passieren, denn als wir das alles gebaut haben, ist der Puffer schneller vollgelaufen, als die Kraftwerke das leer gezogen haben. Aber wir bauen jetzt eine zweite Pumpe hin, dann ist wieder alles easy peasy. Ah, die müssen wir auch erstmal versorgen. Ich würde sagen, wir kappen erstmal kurz die Stromzufuhr zum Eisengebäude, damit das Wasser wieder gut laufen kann, während der Strom wieder läuft. Ja, stimmt schon. Oder die zum Stahlgebäude. Dann lieber erstmal muss ich gestehen, die zum Stahlgebäude, weil beim Eisengebäude haben wir gerade unsere Liftprodukte drin. Deswegen. Wenn du dann gerade da bist, das wäre sehr nett, wenn du es mal eben machen könntest. Ich bin hier die ganze Zeit zugegangen, also... Bin schon dabei. Wie danke ich dir schon mal dafür. Und dann gucke ich jetzt nochmal kurz hier in die Pumpe rein, damit das auch meine Zuschauer sehen. Ich muss nur gucken, dass ich jetzt auch die richtigen Stromkabel alle kappe, weil der hat zum allgemeinen Stromnetz hat er mehrere Anschlüsse. Entschuldigung. Hä, wo ist denn der, den ich gesetzt hatte? Aber, Luke. Ja, bitte. Ich glaube, das hat doch ein bisschen was mit einem Update zu tun, weil unsere Wasserpumpe, die wir hier haben, die ist ja schon übertaktet. Ja. Und bei der wird eine Fließgeschwindigkeit von 313 Kubikmeter pro Minute gerade angezeigt. Obwohl wir keinen Strom haben. Das hatten wir vorher nicht so hinbekommen. Vorher ist er nie über 300 gekommen. Das ist richtig, ja. Dann haben die jetzt die Anzeige geupdatet. Und ist dies, ist jetzt, ist dies gefixt, ist dies. Kann ich hier jetzt mal hochfüllen? Danke. So. Dann, Logistik. Was denn jetzt hier der Stromzugabe? Na ja, was wir ja auch hatten, war, dass der größte Stromabnehmer ja tatsächlich sogar die Schnellreiseröhren sind. Aber nur, wenn sie in Benutzung sind, oder? So habe ich das verstanden. Bei denen gehen erst dann an, wenn du in der Nähe bist. Sicher? Ja. Und selbst wenn, die fressen halt insgesamt, also pro Rohr fressen sie 10 Megawatt. Ist schon teuer, muss ich gestehen. Aber auf der anderen Seite kannst du die Dinger endlos lang bauen. Ja, die saugen ja durchgehend. Oder nicht? Das habe ich so nicht verstanden, dass die durchgehend saugen, ehrlich gesagt. Pipeline 1, Kreuzung, 1, 4, so. Das Stahlgebäude ist abgeklemmt. Sehr gut. Normalerweise. Nö. Warte, warte, ich hatte die Pipeline gerade unterbrochen. Selbst wenn, haben wir gerade nicht die Möglichkeit Strom zu produzieren, aus welchen Gründen. Und was ist hier noch zu teuer gerade? Mensch, wer ruft denn jetzt an? Nix da. Tausendmal sagst du den Leuten bitte vorher schreiben, ja? Und trotzdem rufen sie einfach an. Schlingel. Ja. Pass mal auf, ich kapp jetzt einfach mal die Stromverbindung, die über den Fluss drüber führt. Damit einfach mal alles ausgeht. Äh, Robin? Nein? Bist du schon wieder weggelaufen hier? Ja. Mist. Ich habe vergessen, Kabel mitzunehmen. Einfach alles habe ich mitgenommen, weißt du, aber Kabel nicht. Ja. So, das hier müsste das Eisengebäude sein. Und geht wieder aus. Ähm. Ähm. Was denn? Ähm. Äh? Was ist denn los? Jetzt produzieren wir, also Strom ist wieder an, aber wir produzieren 0 Megawatt. Top. Dann ist irgendwo eine Verbindungslinie zwischen denen. fliegt die jetzt wieder neu ran. Und Ausfall. Oder? Ne, jetzt, jetzt, doch, jetzt ist es wieder aus. Hä? Sag mal, wo ist denn jetzt hier diese Spitze? Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Ich glaube, wir sollten uns da mal wirklich doch ein Stromnetzsystem überlegen, wo wir halt so kontrolliert an- und ausschalten können, wenn Bedarf ist. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Ähm. Ja, Mike. Was? Du bekommst vor dem Eisengebäude aus auch eine Stromzufuhr. Die hab ich eben nicht gesehen, die hab ich ja gesucht. Aber eigentlich nein, nur die Eisenmine, die da vorne ist. Das Stahlgebäude selbst hat keinen Anschluss. Oh, stimmt, du hast recht. Das geht nur an die Mine ran. Hm. Merkwürdige Sache. Genau, da war nämlich mein einziges Zugangskabel. Und die, die da hinten lang laufen, die da hinten lang laufen? Achso, siehst du übrigens wieder, wo ich hinmarkiere? Ja, sehe ich. Gut, okay, ist das ein Kabel zu einer Mine, die an das Gebäude angeschlossen ist. Die kriegt auch gerade keinen Strom. Oh, die geht wirklich nur bis zur Mine, ja. Ja. Okay, weil nicht, dass die jetzt hier einfach bis hinter der Düne lang lief und dann zur nächsten Mine, die wiederum dann an dem Eisengebäude dran ist, weil das hätte ja sein können, weißt du? Ja, ich habe alle Minen, die an das Stahlgebäude ran führen, auch nur über das Stahlgebäude Stromzufuhr geben lassen. Dass das komplett unabhängig vom Rest der Geschichte läuft. Ja. Ja, dann klemm ich jetzt das Eisengebäude ab. Das hilft das nicht anders. Also die obere Etage meine ich. Ja, ja, Hauptsache. Die hat jetzt natürlich viel Strom gefressen. Oder hast du jetzt gerade schon die ganzen Gießereien angebunden, Mike? Die hatte ich auch, aber die sind jetzt gerade gar nicht dran. Okay. So. Und die Gießereien verbrauchen gar nicht so viel Strom. Also, ich habe jetzt die Zufuhr und die zweite Etage vom Eisengebäude abgeklemmt. Jetzt muss ich bloß irgendwie einen angebundenen Strommast finden. Eine Mine läuft in uns gerade wieder hier. Ich habe einen Frosch im Hals hier. Hat jemand von euch gerade wieder Strom angeschaltet? Nein. Nö. Wir haben wieder Strom, aber ich habe ihn nicht angeschaltet. Am Pfeil anbauen. Geht der wahrscheinlich automatisch an. Jetzt ist wieder aus. Okay, okay, alles klar. Merkwürdig. Und unsere Maximalleistung war gerade nur 600 statt 1200. Ja, weil nicht alle Kraftwerker an waren, denke ich. Möglich. Na klar, weil sie kein Wasser kriegen gerade. Oh, das Rohr ist zu lang, was? Na, warum was wir da so machen, wie mit einem Förderband? Einer misst die Entfernung, der andere setzt die Mopeds? Nö, brauchst du nicht. Okay. Ich habe jetzt einfach an denselben Kanten. Ah, ist schon wieder einen Tick zu lang. Ich habe eigentlich an denselben Kanten diese Stapel Mopeds gebaut, aber anscheinend sind die immer ein ganz kleines Stück zu lang. Hm. Also die Puffer von der ersten Pipe sind wieder vollgelaufen, nur komischerweise... Hä? Jetzt haben wir hier keinen Strom an den Pumpen? Geht denn das jetzt? Aber da hinten teilweise läuft Strom, ne? Ja, eben. Also, äh? Sind alle Kraftwerke aus? Ne, da hinten eins läuft noch. Oder? Ne, noch nicht. Ne, diese Kamal an und mal nicht an, aber jetzt haben wir gerade wieder... Äh? Die sind da los? So. Ja, es geht so schnell das Wasser raus. Ja. Und dann bricht der ganze Kreislauf hier zusammen. Ich glaube, wir müssen doch mit diesen Wassertanks arbeiten. Ich schaffe uns ja gerade Abhilfe im Moment. Ja, noch einen höher, ne? Ja, wir haben nur zwei Generatoren mit Wasser beladen, der Rest ist leer. Okay. Aber komplett, alle sind leer. Wir kriegen nur zwei Generatoren gerade betrieben. Von acht. Oder zehn. Zehn hatten wir gesetzt, ne? Ja. Ja, aber das ist merkwürdig. Äh? Ja, warte, die zweite Wasserzufuhr läuft doch jetzt hier, glaube ich. Oh, das ist doch eigenartig. Ich meine, wir hatten 300 Kubikmeter die Minute angeschlossen. Ne, wir hatten doch mehr durch die Übertaktung, verdammt. Ja, aber das hat ja trotzdem funktioniert. Ja, und jetzt haben sie es aber gefixt, dass es halt wirklich wieder funktioniert und zwar realistisch funktioniert. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Das heißt, die zweite Pipeline sollte jetzt Abhilfe schaffen. Na, wollen wir es denn nicht? Obwohl, ja, sie überlege ich gerade. Was, was wäre wo effektiver? Wollen wir wirklich die Kohlekraftwerke übertakten oder lieber die Wasserpumpen übertakten? Beides. Musst du ja. Naja, wenn wir gerade nicht hier noch Batterien übrig haben. Was würdet ihr zuerst übertakten? Die Kohlekraftwerke, die wiederum dann mehr Wasser fressen oder gleich die Pumpen, damit du mehr Kraftwerke bauen kannst? Batterien haben wir genug, Robin. Ja, sie haben sie alle in Benutzung. Ja, aber in der halbautomatischen Produktion da oben. Ja. Die sind ja alle voll mit Batterien. Aber jetzt ist trotzdem nur mal so theoretisch jetzt gesprochen. Macht doch eigentlich mehr Sinn, noch eine weitere Pumpe anzuschließen und zu übertakten, die dann wiederum gleich vier, fünf Kraftwerke versorgen kann, die dann nicht übertaktet sind. Ja, aber das machen wir doch jetzt auch. Also ich schließe jetzt hier ja die zweite Pumpe an gerade. Ja, und da fällt mir gerade ein, ich wollte ja eigentlich hier die Pumpen, äh, die Generatoren neu setzen, ne? Da war ich ja eigentlich stehen geblieben. Und wir sollten auf jeden Fall einen Puffer zwischen jedes bauen, einen, so'n, so'n Tank. Denn wenn der Strom mal ausfällt, laufen die ja sofort wieder leer. Ja. Und dann haben wir wieder den Teufelskreis, den wir jetzt gerade haben. Genau. Weil jetzt müssen wir nämlich erst die Pumpen anschmeißen mit Biomasse oder so, damit wir wieder Wasser kriegen, um die normalen Kraftwerke anzuschmeißen. Ja. Äh, es ist ja ganz gut, dass ich gerade hier mehr Platz eingeplant habe. Oh, der, ja? Wir müssen die ja nicht ganz da vorne hin bauen, dann können die ja direkt hinter die Pumpen knallen. Äh, na, ich überlege gerade, ob wir vielleicht so'ne Art, ja, Mittelsteg bauen. Über den, äh, Pipelines und, ne Quatsch, nicht über den Pipelines, sondern über den Förderbändern. So'ne, so'ne, so'ne Zwischenetage, zwischen die Schornsteine sozusagen schieben, um dann da oben die, äh, die, 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 die Wassertanks zu setzen. Okay. Wo wir dann da überschüssiges Wasser reinlaufen lassen können, was dann wiederum in die Rohre reinläuft, wenn Not am Mann ist. Ist natürlich eine Möglichkeit, ja. Problem ist, wir müssen das merken. Das ist unser Problem. Ja, das müssen wir uns merken bis zur nächsten Folge dann, ja. Also, die so in den Zwischenunen anfängt. Wenn der Strom nämlich ausfällt, oh, oh, ich bin, glaub ich, tot. Oh, ne, doch nicht. Ähm, dann müssen wir das schnellstmöglich merken. Diese Benachrichtigungs-E-Mail, die kommt ja nicht immer. Ach so, meinst du's beim Merken. Genau, wir müssen das bemerken. Und, äh, dann müssen wir die, äh, das nämlich schnellstmöglich korrigieren, weil, wenn die Wassertanks leerlaufen, sind wir wieder beim Problem. Mhm. Oder wir stellen einfach ein paar Biomassebrenner dahin, in einem getrennten Stromkreislauf, die wir bei Bedarf anschließen können, einzeln. Ähm, um das irgendwie hinzudengeln. Weiß ich auch nicht. Erstmal, also, wir haben jetzt hier die Wasserpumpen stehen. Die zweite Wasserpumpe, die ist jetzt auch übertaktet, mit drei Batterien. Ähm. Ja, erzähl weiter. Nicht übertaktet, weil ich kann sie nicht übertakten, geht immer noch nicht. Und du eben sie herkommst und sie übertakten. Ich schätze jetzt gerade hier die, wenn ich hier nicht immer runterfallen würde, die Kohlegeneratoren erstmal neu. Müssen wir gleich einen fliegenden Wechsel machen, sozusagen. Naja, kein Problem. Wenn wir denn schon fliegen könnten. Noch geht das nicht. So, was kosten denn die Wassertanks? Nur mal so aus reinem Interesse, so. Organisationen, Flüssigkeitspuffer. Ja, 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 ja. Fünf modulare Rahmen pro Stück. Ich baue jetzt erstmal zwei, dass wir da schon mal einen Puffer drin haben. Kann bis zu 300 Kubikmeter Flüssigkeit enthalten, hat ein Ein- und Ausgang für Rohre. 300 wäre in dem Fall dann theoretisch nicht übertaktet sechs Kohlegeneratoren. Ja, für eine Minute? Ja. Schwach U-Bas-V, ne? Macht auch nichts. Ja, macht auch nicht viel Sinn eigentlich, ne? Müssen wir zehn solche Dinger hintereinander kloppen. Ja. Aber auf der anderen Seite, ja, ich weiß nicht. Da läuft halt die ganze Zeit über eigentlich die Überproduktion rein, ne? An Wasser. Ja, aber minimal. Das ist ja super wenig. Ja, aber auf der anderen Seite, man könnte sich ja überlegen, ob man einfach jetzt, klingt jetzt blöd, aber wirklich eine komplette Etage nur mit Wassertanks vollkleidet. Ja, 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 richtig. Also so eine richtig fette Etage. Dann würde ich nur Wassertanks alle miteinander verbunden. 20 Stück oder so. Ja, alles so miteinander verbunden und dann halt nach unten führen zu den Generatoren. Alle miteinander geht nicht, weil wir haben ja auch zwei Pipeline-Strenge. Das heißt, wir müssten schon zwei Netzwerke haben, weil wir können ja nicht aus zwei Strängen wieder einen machen. Das macht ja keinen Sinn dann. Ne, so meinte ich das nicht, sondern dass wir von diesen zwei Pipelines jeweils einen Ausgang nochmal legen, der wiederum in einen Tank reingeht, der wiederum in einen weiteren Tank reingeht und so weiter und so fort. Ja, ja, aber wir müssen zwei Tankkreisläufe haben. Ja, ja, aber dass wir halt wirklich nur von Tank zu Tank zu Tank die Verbindung legen, aus jeweils einer Pipeline. Ja, 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 ja. Aber ab Pro Escape speichern wir gleich mal zwischen den Folgen. Ja, klingt gut. Wir sind auch gleich schon wieder am Zeitende hier, ne? So, die zweite Pipeline ist angekommen. Hier wird sieben neue Generatoren sind gebaut auf der linkster Seite, da wo ich gerade hinmarkiere, hinpinge. Ja. Dann kommt erstmal ein Felsen. Ah, du willst jetzt wieder, ah, du willst also die eine Pipeline für die eine Seite benutzen und die andere Pipeline für die andere Seite? Das könnte man auch so machen, das wäre wahrscheinlich noch einfacher. Das ist richtig. Dann könnte man dasselbe dann auch mit den Förderbändern machen. Okay, ja, dann brauchen wir... Weil die Pipes können wir ja jetzt dementsprechend auch deutlich höher stapeln, dann können wir dazwischen auch Platz lassen. Müssen aber dann noch wieder Pumpen anschließen, ne, an die Pipes. Damit die so hochkommen überhaupt. Ja, ich habe jetzt jeweils Pumpen dran, aber... Zwei Stück wollen wir hochkommen. Warte mal, wie weit hast du die weggemacht von den? 2, 3, 4... 2 Kacheln hier. Dann also... 1, 2, 3, 4... So kommt hin, oder? Ja. So. So. Dann können wir die Tanks ja doch in die Mitte bauen. Ja, in der Theorie. Ja! Guck mal, die passen hier super rein. Aber zwei nebeneinander, ne? Weißt du? Da können sogar zwei nebeneinander passen, ja? Ja, das wäre perfekt. Und die könnte man auch... Da könnte man zwischen den Pipes die Verbindung legen. Mit den Tanks. Wenn das geht. Ja... Das jetzt... Das jetzt... Von dieser Pipe hier ne Verbindung in einen Tank reingeht, der wiederum ne Verbindung in den nächsten Tank hat, der wiederum in den nächsten Pipe reingeht. Hä? Du meinst dann in diese Pipe hier? Ja, also hier Pipe, Tank, Tank, Pipe, miteinander verbunden. Ja, aber da... Aber erst natürlich dann, wenn die Kraftwerke vollgelaufen sind und wenn die Puffer vollgelaufen sind. Weiß nicht, ob das so funktioniert. Weil, wie gesagt, wir brauchen eigentlich zwei Tankkreisläufe, weil wir zwei Pipeline-Kreisläufe haben. Wir können ja jetzt nicht diese Pipeline mit den Tanks in diese andere Pipeline reinleiten. Ja, gut, dann nicht. Also ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich weiß nicht. Vielleicht geht das im Spiel auch. Was aber cool wäre, ob man die übereinander bauen kann. Weil dann könnte man die auf Höhe der Kraftwerke schon mal reinsetzen, die Tanks, bevor man die nächste Etage anfängt. Und dann, ja, dann schließe ich mich der Meinung an, dass wir pro Pipe eine Reihe an Tanks setzen. So, jetzt wird es aber lustig hier mit den Kohle-Gedönse, ne? Kohle, achso. Wir kriegen wir auch hin. Wir kriegen auch hin. Warte mal, wir haben doch da jetzt, zweimal 120 angeschlossen. Das heißt, wir können doch hier eigentlich schon auf MK3 aufwerten. Kraftwerk 1, 2, 3, 4, 5. Ich gehe doch mal Dinge tun, holen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, Mike ist gerade tierisch genervt, dass wir so lange kein Strom mehr haben, war? Nö, alles gut. Okay. Das ist so stichwisch. Ich brauche mich nicht wundern, wenn ich dann gleich fertig bin mit allem und ihr macht Strom wieder an und wir schließen das Stahlgebäude und alles geht wieder aus. Ja. Also, irgendwas ist doch hier schon wieder komisch. Ich habe diesmal definitiv auf den Timer gedrückt. Das kann ich schwören. Okay. Wir sind jetzt bei 33 Minuten. Sehr perfekt. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, ihr seht, unser Chaos nimmt wieder mal kein Ende. Wie immer. Wie immer eigentlich. Aber ihr seht, wir haben diesmal auch einen Plan, wie wir das Chaos beseitigen können. Daher hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet doch morgen wieder rein. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.